Hi Leute, es ist wieder Sven vom Case-Tester-Blog. Ja, was soll ich sagen, es ist passiert, meine Rückseite vom iPhone 15 Pro Max ist gebrochen und in diesem Video werden wir das erste Mal Apple Care ausprobieren bzw. werden selbst Tests daraus machen, wie schnell das funktioniert und wie einfach das funktioniert und ob das überhaupt funktioniert. Ja, mein iPhone ist mir beim Sitzen aus der Tasche gerutscht und auf den Asphalt geknallt, also ohne Hülle ist es ja auch ziemlich rutschig, das wissen ja einige von euch und wenn man so eine bisschen lockere Hose anhat, dann geht das leider mal schnell. Ich weiß leider nicht, wie manche von euch euer iPhone so oft fallen lassen können, ohne dass es kaputt geht, also bei mir geht es irgendwie ständig kaputt, keine Ahnung, was ihr für Böden habt, aber schreibt es mal rein in die Kommentare. Ja, das Problem ist, selbst Rebuy will es in diesem Zustand nicht mehr kaufen, wenn ich das Ganze eingebe. Ihr seht ja auch, das ist hier richtig, wirklich schön gebrochen hinten und ja, also nehmen wir mal Apple Care in Anspruch. So, wie geht das Ganze los? Wir melden uns bei Apple an und wählen das Gerät aus, dann gehen wir ein paar Fragen durch. Wir wählen aus, was gemacht werden soll, in dem Fall bei mir Reparaturen und physischer Schaden. Nun wählen wir den genauen Schaden aus, in meinem Fall Vorder- und Rückseite. Welche Art von Reparatur wollen wir? Also bei Apple gibt es drei Optionen dafür, was ich ziemlich cool finde. Entweder ihr geht in die Genius Bar, macht dort einen Termin und lasst es dort direkt reparieren. Ihr sendet das Ganze ein, das dauert allerdings sechs bis zehn Tage. Ja, eigentlich kann man sagen, für keinen eigentlich eine Option, weil sechs bis zehn Tage ohne eigenes Handy funktioniert, heutzutage eigentlich nicht mehr. Oder wir nehmen den Express-Austausch. Den habe ich genommen. Dann werdet ihr weitergeleitet zu einem Chat mit Apple, schildert euer Problem nochmal und wählt dann einfach den Express-Austausch aus. Das Ganze kostet 99 Euro plus den Preis für das neue iPhone. Der wird bei euch auf der Kreditkarte einfach geblockt, falls ihr das Alter halt nicht zurückschickt und Apple veräppeln wollt. Ja, das Ganze war es dann auch schon. Ihr bekommt das Ganze per E-Mail dann nochmal bestätigt, gebt eure Kreditkartendaten ein, bekommt sozusagen auch nochmal diese Rechnung gezeigt und jetzt heißt es nur noch abwarten und ihr bekommt euer neues iPhone zugeschickt. Danach schickt ihr einfach euer altes, kaputtes zurück. Ja, wie ist eigentlich so mein Fazit von der ganzen Sache? Wenn man keine Hülle benutzen möchte, ist AppleCare wirklich unschlagbar. 12 Euro pro Monat bezahle ich. Und falls mal was passiert, zahlt man 99 Euro und bekommt ein nagelneues per Express zugeschickt und muss sein altes, kaputtes einfach zurückschicken. Ich benutze aber eigentlich seit Jahren meine iPhones nur mit einer Hülle und mit einer Hülle hatte ich solch ein Problem noch nie beziehungsweise solch einen Schaden und daher habe ich bis jetzt mit Hülle eigentlich nie AppleCare gebraucht. Ja, also ich würde sagen, benutzt ihr keine Hülle, nehmt AppleCare. Benutzt ihr eine gute Hülle, braucht ihr kein AppleCare. Das war's mit dem kleinen Video. Ich werde auch nochmal ein Video hochladen, sobald mein neues iPhone ankommt. Wir packen das aus, gucken, ob das wirklich neu ist oder ob ich vielleicht so ein überholtes Gerät gekriegt habe. Ich weiß es nämlich nicht. Das werden wir alles noch sehen. Ja, schreibt es mal rein in die Kommentare, falls ihr auch schon mal Erfahrungen mit AppleCare gesammelt habt. Und ich würde sagen, wie immer, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.